Hallo und herzlich willkommen bei Medbox Video. Ohrensausen, Magenkrämpfe, Herzrasen, chronisch und rezidivierende Infekte und eine nicht beherrschbare Zunahme des Bauchfettes. All diese Symptome und Beschwerden können Alarmsignale unseres Körpers auf Stresssituationen sein. Aber welche sind die körperlichen Vorgänge und wann wird der Alltagsstress zum Gesundheitsrisiko? Das richtige Maß an Stress ist notwendig, um unseren Alltag zu bewältigen. Stehen wir morgens aus dem Bett auf, aktivieren die Stresshormone unseren Organismus. Das Stresshormon Cortisol steigt zum Beispiel innerhalb von wenigen Minuten auf den höchsten Tageswert an und stellt uns so die notwendige Energie für den Tagesbeginn zur Verfügung. Geraten wir doch zu häufig in stressige Situationen oder gelingt es uns nicht, uns danach nach einer Stresssituation wieder ausreichend zu entspannen, können wir langfristig stresskrank werden. Herzinfarkt, Diabetes, Burnout oder sogar Tumorerkrankungen können stressbedingt die Folge sein. Die Alarmsignale und Warnzeichen einer Überlastung können den ganzen Körper betreffen und reichen über Kopf, Muskel, Magenschmerzen, häufige Erkältungen, Allergien. Weiterhin können Gedächtnisstörungen, Gereiztheit, Unkonzentriertheit, Schlafstörungen, Ohrgeräusche, der Tinnitus oder sogar Depressionen durch Stress bedingt sein. Die Alarmsignale im Zusammenhang mit großer emotionaler oder seelischer Belastung sind deutliche Hinweise für eine Überforderung. Leider werden diese Alarmsignale in unserer Fünf-Minuten-Medizin nicht wahrgenommen. Eine kleine Tablette für den stressbedingten Bluthochdruck, hier ein Pülverchen für den wiederkehrenden Magenschmerzen. Die hinter den Symptomen stehenden Ursachen, nämlich die aus dem Gleichgewicht geratenen Hormone und Gehirnbodenstoffe, werden hierbei nicht berücksichtigt. Aber was passiert in unserem Körper, wenn der Stress uns krank macht? Stress, die Stressreaktion verändert das komplette hormonelle Gleichgewicht unseres Organismus. In der ersten Phase der Stressreaktion kommt es zu einer Ausschüttung von Adrenalin, einem Botenstoff, der den Pulsschlag erhöht, den Blutdruck ansteigen lässt, die Hautgefäße verengt, was zum Blässe und zum Erkalten der Hände führt. Besteht der Stress über einen längeren Zeitraum, führt dies zusätzlich noch zu einer Aktivierung eines anderen Stresshormons, das Cortisol. Cortisol ist in diesen Fällen ständig erhöht. Steht der Organismus unter Dauerstress, führt dies zu einer Schwächung des Immunsystems, die Entstehung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes oder sogar Tumorerkrankungen wird begünstigt. Das Krankheitsspektrum unter einer langfristigen Stressreaktion ist breit. Durch moderne biochemische Verfahren sind wir heute in der Lage, die hinter dem Stress stehenden Hormone und Neurotransmitter im Speichel und Urin sicher zu erfassen. Therapeuten, die sich mit den Regulationsvorgängen unseres Körpers intensiv beschäftigen, sind hierdurch in der Lage, je nach Fehlfunktion therapeutisch entgegenzusteuern. Das in unserem Institut aus einem Team von Ärzten und Naturwissenschaftlern entwickelte Neurobalance-Profil eignet sich in hervorragender Weise zur Objektivierung stressbedingter Funktionsstörungen. Hierbei werden die Stresshormone Cortisol und Dehydroepiandrostendion, DHEA im Speichel sowie die Kathechelamine Noradrenalin, Adrenalin und Dopamin und das antidepressiv wirksame Glückshormon Serotonin im Urin bestimmt. Therapeuten, die sich mit stressbedingten Regulationsstörungen und Erkrankungen über zahlreiche Seminare weitergebildet haben, finden Sie in unserer Arzt- und Therapeutin Suche. Für weiterführende Fragen stehe ich Ihnen natürlich auch gerne im Informationsportal zur Verfügung. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dehydroepiandrostendion